Es sah gut aus, aber hat mir leider nichts gebracht. Es wird sich richtig schwer für dich. Kommt schon, Leute, ich muss doch etwas schaffen. Solche Vollidioten einfach. Da muss man echt einfach zurückbleiben und tiefer anlassen. Für diesmal nehme ich den Sprung nicht mit. Auch wenn es gut aussah. Ich glaube, man muss sie echt einfach verfolgen. Was ist hier denn los? Irgendein Protest am Start. Wo wollen die hin? Es gibt keinen Ausweg. Junge! Lasst mich! Ernsthaft! Da vorne sind sie. Lossthaft in Harbor. Was sind die Leute? Die Möder! 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 D إلى! Ich wollte mich ducken! Ich drücke immer die falschen Tasten, weil das Spiel, die Stellung ist manchmal echt weird. Und dann wechsle ich immer von Gamepad auf Tastatur und ja, kommt man halt durcheinander. Okay, I see. Alte, ein Schuss. Was ist das? Ein Schuss und ich bin weg. Was ist das? 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 Komm schon! Ernsthaft, so beschissen, kann nur deine Mutter schießen. Jetzt stirbt doch! Wie oft soll ich die noch den Fuß wegschießen? Was ist das? Jungen, jungen, jungen Spanns Cool, zeig dein Köpfchen. Alter, ach du oben ist auch ein Typ. Mit ner scheiß Sniper. Ich bin gleich aus Mooney. Okay, das war's mit ihm. Habt ihr irgendwie noch ne gute Waffe? Schrotflinte, ne. Munition auch nicht. Könnte lustig werden, ich bin auch wieder halb tot. Shit. Ja. Ja. Ich frage mich, kann ich auf den Kran hoch? Und mit der Sniper bisschen Action machen. Wenn die Waffe dann hier wäre, danke für nichts. Äh. Was denn die Scheiß Sniper? Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. kurz mal hier dringend nachschauen sehen was spannendes gibt zigarettenkarte auf jeden fall das ist gut zusammenkarte und first aid was ist Ich sehe ihn, er schützend auf! Bezüge mich, während ich reloge! Bezüge ich! Ich habe ihn aus meinem Ass! Warte! Shit! Reicht das? Leider nicht. Das oben ist auch schon wieder einer. Tja, das war dein Weltuntergang. Gibt es hier oben was? Ein bisschen Health wieder oder irgend sowas? Nein, nicht. Absolut gar nichts. Danke. Aber ein bisschen Munition wieder. Auch nicht. Nicht mal das. Da komme ich wahrscheinlich auch wieder nicht hoch. Um die Waffe zu grabben. Wo es eigentlich so aussieht. Aber wahrscheinlich nicht. Uuuh. Ein Comic. Sag ich auch nicht nein dazu. Junge. Schlechte Idee. Jump doch. Wieso konnte ich denn bitte nicht über den Waggon springen. Alter. Muss das sein? Muss das sein? Das ist ein Rotflint. Soll ich das oben tauschen? Ich hätte ja doch schon lieber die Tommy-Gun. Ich hab keine Gute. Deckung. Shit. Die schießen echt gut. Oder dich einfach bloß beschissen. Kann auch sein. Auf jeden Fall ist es so schwierig. Die schießen. Die schießen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF für funk, 2017